Wir haben hier natürlich für Sie noch einen Kampf rangehängt, nämlich aus einem Städtevergleich New York-St. Louis. Ja, und es handelt sich natürlich wieder um einen Mannschaftskampf oder einen Kampf eines allgemeinen Mannschaftskampfes. Wiederum natürlich mit 25 Punkten für den Sieger, 10 Punkte für den Verlierer, beziehungsweise 5 oder 0 Punkte. Und es geht auch hier gleich wieder zur Sache. Ich darf Ihnen ganz kurz vorstellen, einmal Manson Gibson hier für St. Louis in schwarz und Mike Husbands in gelb für New York. Ich habe Gibson schon einmal in einem Städte-Kampf gesehen, da war er super. Auch hier legt er gleich wieder los. Hallo, das kann man wieder als ein wirkliches Stakkato bezeichnen. Und Husbands muss sich hier ein bisschen wehren. Ja, bei drei Runden, ich sage es immer wieder. Ah, zwei Minuten, da geht es absolut von der ersten Sekunde an zur Sache. Gibson und auch Husband. Und ja, der junge Husbands kommt auch jetzt. Beide wechseln auch immer wieder die Auslage. Hier sieht man es wieder von Gibson. Aber das ist normal bei Kickboxern, im Gegensatz zu den regulären Boxern, bei denen das nicht so gut ist. Aber ein Kickboxer, der einen Backkick anbringt, steht natürlich automatisch schon ein bisschen in der anderen Auslage. Und hier der Führungskick, sehr schön zu sehen. Manson Gibson für St. Louis. Aber dieser junge Mike Husbands, der wehrt sich gut. Gibson ist wie eine Maschine. Wie eine Maschine. Einmal angestellt, gibt es nur noch den Vorwärtsgang für ihn. So kennen wir ihn. Und so wird er es hier auch versuchen. Aber, ob er das drei Runden durchhält, gut, wir werden es sehen. Die erste Runde ist hier vorbei. Der junge Mike Husbands wird wieder aufgebaut. Wir wissen von ihm nicht so viel, weil es von ihm noch keinen Profi-Rekord gibt. Und sein Amateur-Rekord ist auch nicht so bekannt. Ich kann also nicht sagen, wie viele Kämpfe er als Amateur bestritten hat und wie viele gewonnen und verloren davon. Auf jeden Fall ist es hier sein zweiter Profi-Kampf überhaupt. Und er steht in der Ecke. Wartet auf die zweite Runde. Und da ist auch schon Manson Gibson wieder. Zweite Runde. Und wie wir Gibson kennen, wird er auch gleich wieder marschieren. Ah, abwartend. Oh, super, wie er mit diesem Frontkick reingeht. Und dann dieser, oh, dieser Turning Kick. Und da wird er aber gekuntert. Und das war ein Slip. Ich glaube fast, dass es eine Schlagwirkung war. Und wie wir Gibson kennen, die Maschine erarbeitet am Mann. Boxtechniken immer wieder. Zwischendurch dann einige Kicks. Und wir haben einige gute Kicks gesehen. Hier den Sidekick und hier die Spinningback-Hand. Frontkick und den Spinningkick hinterher. Und da hat er sich verfangen im Seil. Ja, das war wohl ein klarer Slip. Ja, so wird es auch gesehen hier vom Ringrichter. Da hat er ganz einfach die Balance verloren, weil er noch auf dem obersten oder zweiten Seil war mit dem Fuß. Oh, super, dieser Spinningback-Kick. Ja, da hat die Ecke des New Yorkers angezeigt. Er soll aggressiver werden. Und was macht er? Er wird es auch sofort. Nehmt jetzt hier wieder Kick-Techniken. Ein super Fight. Gefällt mir sehr gut, weil wir wieder alle Elemente sehen. Gute gestochene Linke hier. Dann die Konter. Und die Runde ist zu Ende. Zuletzt war Gibson wohl doch etwas langsamer. Hat er jetzt seine Karte ausgereizt? Oder kann er in der dritten Runde nochmal so zulegen, wie er es in der ersten schon gezeigt hat? Ja, und... Hasbens Corner ist eigentlich ganz zufrieden. Trotzdem wohl Gibson immer noch vorne liegt. Trotzdem New York, das wollte ich auch noch sagen, dem Hasbens an und für sich einen guten Vorsprung gegeben hat. Denn New York liegt in diesem Mannschaftskampf bereits mit 75 Siegpunkten vorne. Ja, Sie sind, glaube ich, zufrieden. Und jetzt geht es in die dritte Runde. Die letzte Runde. Und diese Runde entscheidet wohl. Und Gibson hat etwas abgebaut in der zweiten Runde. Die erste hat ihm ja gehört. Hasbens ist hier mächtig aufgekommen in der zweiten Runde. Also die dritte entscheidet. Und wenn wir den Fight sehen, den wir schon in den vergangenen zwei Runden gesehen haben, und hier geht es gleich wieder zur Sache. Dieser Schlagabtausch. Gipsen wieder die Maschine. Aber da ist er überhaupt nicht effektiv durchgekommen. Hasbens hat da alles abblocken können. Auch diesen Kick. Oh, da versucht er noch mal einen Backkick. Der Gipsen, der aber überhaupt nicht mehr die Wirkung hatte, wie seine ersten Techniken in der ersten Runde. Gipsen ist müde jetzt. Und der junge Hasbens wirkt frischer. Es könnte sogar dann für Hasbens reichen. In seinem zweiten Profikampf hier. Und der Axe-Kick. Und down ist Gipsen. Auf dem Boden. Aber auch das wurde als Slip gewertet. Ja. Hasbens marschiert. Ja, das, was ich sagte. Seine Mannschaftskameraden haben ihm den Vorsprung mitgegeben. Und das setzt jetzt kräftefrei. Gipsen wackelt. Und da sind nicht einmal mehr 30 Sekunden zu gehen. Und jetzt noch mal alles rausholen. Gipsen versucht zurückzufalten. Kommt aber jetzt nicht mehr dazu. Kann keinen Punch mehr anbringen. Nur noch Hasbens ist es, der hier punktet. Ja, das sollte vielleicht sogar reichen. Mein Gott, ist das aufregend hier. Und Hasbens sitzt nach. Und da kommt der Gong. Ja, da kann er ruhig seine Arme hochreißen, dieser Youngster. Oh. Oh.